hallo und herzlich willkommen liebe gamingfreunde hier ist wieder mit einem weiteren video zur playstation 5 ich kann euch endlich mal wieder in dem dashboard meiner playstation begrüßen denn es gibt das sogenannte große april update ja so genannt muss sie da irgendwie leicht mit anfügen es sind auf alle fälle einige nette neuigkeiten mit dabei die ich euch heute natürlich hier gesammelt präsentieren möchte und sony hat gemerkt dass der sport brauchverbesserung die ersten sind in die wege geleitet aber ich hätte mir ein wenig mehr erhofft vor allem was ich mir ganz ganz wichtig natürlich erhofft hätte wäre eine aktivierung der m2 laufwerke sprich der nvme slot dass der in der playstation 5 endlich aktiviert wird und wir endlich gesagt bekommt welche speicherriegel sprich welche festplatten im m2 format wie ihr denn bitteschön kaufen können um diese dort einzustecken und so den speicher unserer ps5 zu erweitern ja leider ist davon weiterhin nichts in sicht momentan wir arbeiten derzeit an dieser funktion und werden euch in unserem blog über alle neuigkeiten auf dem laufen halten das ist die aktuelle aussage zur speichererweiterung der ps5 intern aber dafür haben sie extern ein wenig getan und das ist sehr schön und ja hilft auf alle fälle sage ich mal die zeit zu überbrücken denn endlich ist es möglich ps5 spiele extern zu speichern aber nur zu speichern nicht zu spiele natürlich da die ps5 spiele die geschwindigkeit der schnellen internen ssd benötigen könnt ihr sie nur parken wenn wir zum beispiel hier bei einem ps5 spiel in die option hinein gehen denn sehen wir dort wir können das spiel in den erweiterten usb speicher verschieben das war ja vorher nicht möglich so kann man ein bisschen platz machen auf der internen platte und wenn man dann sagt outwriters okay ich möchte es gerne wieder spielen weil alle bugs sind behoben dann schiebt ihr es einfach wieder rüber in den internen speicher macht ihr ganz normal dann hier über die einstellung wenn wir dann hier rüber gehen in den speicher und sehen dann zum beispiel hier im erweiterten usb speicher besser gesagt ich gebe glaube ich besser auf den konsolenspeicher drauf und ihr seht gleich oben wie sich das menü geändert hat wir können inhalte löschen wir können ps4 inhalte verschieben logisch habe ich momentan natürlich auf der internen platte keine drauf oder ich kann hier sagen hey bugsnacks habe ich momentan keine lust zu spielen verschiebt das bitte in den erweiterten speicher und dann kommt auch da hier natürlich der hinweis um ps5 spiele zu spielen die sich im erweiterten usb speicher befinden kopiere sie aus seiner spiele bibliothek zurück in den konsolenspeicher da der ganz wichtige hinweis dass das ganze halt nicht funktioniert von der externen platte zu spielen aber gut das wusste man vorher ist natürlich nett für die leute die hat eine dünne leitung haben wo halt ja das kopieren von der ein festplatte auf die andere schneller geht als das erneute herunterladen und ich denke da können die leitungen noch so dick sein irgendwo macht das psn auch an der stelle stopp und das wird eigentlich in 90 prozent der fällen immer so sein dass es natürlich schneller geht das ganze dann von der externen platte herunter zu kopieren und wenn wir schon von externer platte reden und ihr momentan keine dran habt und gehört habt es soll da probleme geben ich bin ehrlich gesagt nicht so sicher ich habe noch mit keiner meiner festplatten probleme gehabt an der ps5 ihr müsst natürlich folgendes haben ihr braucht eine mindestens super speed usb platte mit einem übertragungsrate von fünf gigabit die sekunde oder höher die platte sollte mindestens 250 gigabyte groß sein und höchstens acht terabyte das ganze sollte nicht an einem usb hub angeschlossen werden und man kann natürlich nur ein usb speicher laufwerk gleichzeitig verwenden bedeutet aber nicht dass ihr auf eins angewiesen seite ich habe das auch so dass ich zwei externe platten habe einmal so ganz alt magnetisch so zum zum wirklichen datenspeicher sage ich mal datengrab und dann habe ich noch mal eine ssd für die spiele die ich halt häufig spiele sprich natürlich in dem moment dann die ps4 spiele und da stecke ich halt einfach um mal habe ich die eine platte hinten dran an der ps5 mal habe ich die andere dran das vielleicht auch für euch ganz wichtig als hinweis ich blende hier noch mal die offiziellen angaben von sony ein was denn ja die platte können sollte damit sie sehr wahrscheinlich funktioniert eine garantie gibt es dafür nicht als nächsten punkt haben wir ein generationsübergreifendes shareplay ps4 und ps5 spieler können jetzt gemeinsam shareplay nutzen während sie in parties chatten das bedeutet ps5 konsolennutzer können ihre freunde auf ps4 den spielebildschirm anzeigen oder sogar die ps5 spiele über shareplay ausprobieren lassen hört sich relativ cool an generationsübergreifend also geht es ehrlich gesagt meinem freund besser als mir denn er darf das ps5 spiel mit seinem ps4 controller spielen warum darf ich das bitte schön nicht an meiner konsole nur nur so eine frage nur so eine frage die mir dabei einfällt wenn shareplay geht generationsübergreifend warum bitte schön kann ich nicht den ps4 controller auch für meine ps5 spiele verwenden statt für die ps5 spiele meines freundes ein kleiner denkanschluss für sony hier an dieser stelle dann eine weitere ganz ganz wichtige sache die wirklich so so überfällig war die ebenso geändert wurde und zwar kennt ihr ja eventuell denke ich mal die nette gamebase wenn ihr einmal auf euren playstation button drückt geht hier unten das menü auf und hier haben wir die gamebase und die gamebase war normalerweise oben gefüllt mit parties 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 und dann haben uns dadurch gescolt um dann irgendwann mal zu freunde 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 zu kommen und das war einfach nur was ätzend richtig und hier können wir jetzt ganz einfach oben umschalten zwischen parties und freunde kommen direkt in die freundesliste hinein und das macht die gamebase auf alle fälle schon mal zugänglicher ich habe auch das gefühl dass wenn ich hier auf eine party drauf klicke dass das ganze auf einmal massiv schneller geht dass das hier wirklich massiv schneller geht als es vorher der fall war auch das ist natürlich sehr schön weil da war echt immer so ein leck drin von mehreren sekunden also jemals war es bei mir der fall gewesen mehrere sekunden verging dieses menü was jetzt hier sofort aufgeht aufging sehr schön dass auch hier eine wirklich wichtige wirklich immer in eine wichtige verbesserung vorgenommen wurde ebenso ist es jetzt möglich den spielschät zu deaktivieren oder die spiele lautstärke anzupassen das bedeutet ihr seid mit fünf sechs man in der party einer ist flüsterleise einer ist wahnsinnig laut dann könnt ihr von demjenigen natürlich die sprache herunter regeln sprich herauf regeln also die lautstärke das kann ich euch gerade nicht zeigen da ich gerade keine party zur verfügung habe aber ganz einfach im party screen zu bewerkstelligen ebenso wird es bald möglich sein wenn der entwickler ganz wichtig wenn der entwickler die entsprechende option aktiviert dass ihr patches bereits herunterladet bevor diese final sind also bevor es heißt okay jetzt ist patch day und das ding lag schon auf den zu den servern rum und ihr müsst dann erst mal diese sechs gigabyte acht gigabyte zwei gigabyte wie auch immer herunterladen dann installiert wird ihr wisst dann kopieren dauert auch wieder ewigkeiten hallo destiny 2 an dieser stelle das soll in zukunft dann nicht mehr der fall sein wenn der entwickler halt die entsprechende option aktiviert dass ihr patches bereits im vorab herunterladen könnt da wir immer noch keine ordner haben immer noch keine ordner hier oben für unsere spielbibliothek sehr sehr schade keine ordner sind da haben sie sich überlegt wir fummeln ein wenig an der spielebibliothek herum und zwar in dem sinne dass es hier möglich ist nehmen wir mal final fantasy in dem ich auf den optionsbutton klicke und sage ausblenden warte bitte und dann ist das spiel ausgeblendet und so haben wir hier eine bessere übersicht und wenn ihr jetzt angst habt wo finde ich das wieder ganz einfach hier drüben auf den filter gehen sortieren und filtert und dann hier unten einmal den haken rein ausgeblendeter artikel dann seht ihr alles was ihr ausgeblendet habt und könnt dann halt hier einfach wieder die options taste drücken und sagen einblenden und habe dann so das spiel wieder bei euch auch in der spielebibliothek sofort sichtbar eine weitere anpassung gab es dann noch bei der barrierefreiheit und zwar der zoom ich weiß nicht genau wie er vorher war der bildschirm zoom auf alle fälle ist es jetzt hier möglich den zoom stärker anzupassen oder ähnliches und zwar ihr macht das ja wenn ihr im desktop seid und ihr die playstation taste und die viereck taste gleichzeitig gedrückt dann zoomt ihr hier hinein in drei stufen ist das möglich könnt ihr euch halt hier über das bild bewegen und dieser zoom war wohl vorher nicht einstellbar oder ähnliches das ist jetzt wie gesagt natürlich barrierefreies zoomen auf dem playstation fünf bildschirm jetzt möglich ist und damit kommen zu den trophäen das ist ja so mein hasspunkt generell auf der ps5 also trophäen übersichten waren mal schöner sage ich meine wenn wir hier mal reingucken in diese trophäen ich fand das top down also von oben nach unten wirklich einfach nur so als kleinen text eingeblendet definitiv übersichtlicher welche trophäen ich hier habe und welche nicht was wir jetzt aber neu haben was wir jetzt neu haben und zwar wenn wir einfach mal direkt hinein gehen bei uns in die trophäen und dann sieht das alles noch gleich aus wenn es nicht wäre da unten drücken sie bitte einmal viereck viereck drücken um die trophäen statistiken anzuzeigen das macht ihr und dann seht ihr euren level fortschritt zur nächsten stufe also 18 prozent habe ich hier aktuell abgeschlossen in level 321 und bekommen dann halt in 72 prozent level 322 da kann man das ein wenig übersehen und hat halt hier wieder eine prozentangabe warum ich jetzt hier extra wirklich einen knopf drücken muss für diese 18 prozent ob man das nicht hätte jetzt hier oben drüber irgendwie auch noch einblenden können ich sag mal zwischen trophäen und dem level 321 da ist genug platz um da vielleicht das 321 ein wenig nach links zu schieben und dort die 18 prozent direkt einzublenden statt hier ein extra screen aufzumachen wo dann die infos stehen die ich sowieso oben drüber stehen habe bis auf der level fortschritt ich sag ja es ist so ein bisschen von allem ein wenig etwas aber nichts was mich jetzt wirklich irgendwie muss ich sagen vom hocker haut das ist ganz ganz schade da wäre mehr gegangen das ist meine meinung eure meinung dazu sagt mir die bitte mal ganz ganz wichtig unten in den kommentaren wie gefällt euch das dashboard von der ps5 im vergleich zum dashboard zu ps4 wie ja zufrieden seid ihr mit den änderungen die jetzt mit dem april update eingeführt worden und wie sehr wünscht ihr euch die speicherfunktion oder habt ihr einfach noch mehr als genug drauf oder besser gesagt mehr als genug freien platz drauf auf eurer ps5 platte da würde ich mich sehr freuen ja was von euch zu hören und wenn sony natürlich weitere schritte unternimmt um die ps5 dort hinzubringen wo sie am releasetag hätte sein sollen aber das geht den meisten konsolen immer so gibt es natürlich neues video von mir werde ich euch natürlich wieder brennteil darüber informieren was ist neu auf der ps5 das war es heute vom april update denkt an den daumen nach oben wie gesagt wenn es euch gefallen hat ich danke euch fürs dabei sein und ich sage bis zum nächsten mal so long goodbye keep gaming euer godi